Eigentlich bin ich kein Fan davon, solche Sachen zu behaupten von sowas hat mein Leben verändert, aber beim Thema Minimalismus ist es so. Das Thema hat mein Leben verändert, hat mein Denken geändert und was überhaupt Minimalismus für mich bedeutet und was die Challenge dazu ist, das und vieles mehr gibt es heute in diesem Video. Viel Spaß! Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefan Nörth und heute geht es um ein sehr persönliches Thema und zwar das Thema Minimalismus. Das ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so persönlich, aber du wirst später merken, warum es auch dich wahrscheinlich persönlich treffen wird. Was bedeutet überhaupt Minimalismus? Wenn man sich für skandinavisches Design interessiert, dann weiß man auf jeden Fall, okay, Minimalismus ist auf jeden Fall immer ein Teil davon. Sachen sind sehr funktionell, Sachen sind sehr geradlinig. Da ist wenig Schnickschnack, wie hier zum Beispiel bei diesem Becher, da gibt es noch nicht mal einen Henkel. Es gibt keine Verzierungen, es ist einfach schlicht und minimalistisch. Wenn es um das Thema Einrichten geht beim Scandi-Style, ist natürlich auch weniger mehr. Das propagiere ich schon seit Jahren und ich fühle mich auch ehrlich gesagt, wenn ich im Ferienhaus in Dänemark bin, dann ist es da sehr, sehr viel los. Auch nicht so wohl, muss ich sagen, weil es steht mir dann auch zu viel rum. Aber ich fühle mich viel wohler, wenn es clean ist, wenn es aufgeräumt ist. Naja, aufgeräumt auch nicht. Viele denken ja, wenn man minimalistisch lebt, dann hat man nur irgendwie einen Raum, da steht ein Tisch drin und nicht mal ein Teppich, vielleicht ein Stuhl und das war es. Sonst gar nichts. Es ist alles total aufgeräumt. Es ist gar nichts los. Das stimmt aber nicht. Minimalistisch zu leben heißt nicht, dass man ungemütlich lebt oder dass man ein leeres Haus oder eine leere Wohnung hat. Trotzdem bekomme ich ganz oft, wenn ich Besuch habe, so einen Spruch gesagt, ah, es ist schon sehr minimalistisch. Ich möchte doch gerne dann doch viel mehr haben und denke so, ja, okay. Das sind halt persönliche Geschmäcker. Also ich mag es, wenn wenig los ist. Also siehst du ja auch hier im Hintergrund diese Leuchte, der Hocker mit der Kanne ist natürlich so ein bisschen Deko jetzt auch hier für dieses Video. Aber normalerweise steht hier kaum was rum. Ich mag es einfach nicht. Ich mag nicht, wenn viele Sachen auf dem Tisch rumstehen. Ich mag es nicht, wenn viele Sachen auf dem Zeitbord rumstehen. Ich mag nicht, wenn das Regal vollgestellt ist. Ich mag es einfach nicht. Ich mag es aufgeräumt. Aber es heißt nicht, dass es immer aufgeräumt ist. Was ich aber sagen möchte ist, wenn weniger Sachen hier rumstehen, habe ich das Gefühl, ich kann viel mehr meine Persönlichkeit zeigen. Ich kann viel mehr irgendwie kreativ sein. Ich kann Inspirationen bekommen, weil ich nicht erdrückt werde aus so viel Kram. Es gibt ja wirklich Leute, die die ganze Wand voll haben mit Regalen und stehen da ganz viele Bücher drin und kleine Sachen und alles ist verstaubt und so. Da bin ich auf gar keinen Fall ein Fan von. Aber soviel zum Thema Minimalismus. Aber was ist überhaupt diese Minimalismus-Challenge, von der ich schon so lange immer rede? Und alle, die meinen Podcast kennen, der Nerd, oder auch meinen Instagram-Folgen NordicWannabe, wie die wissen, dass das Thema Minimalismus mich seit, ich würde es schon fast sagen, seit zwei Jahren beschäftigt und mich verfolgt. Und diese Challenge, die habe ich nicht selber erfunden, sondern die habe ich einfach übernommen von einer Netflix-Doku, die heißt Minimalismus weniger ist jetzt. Da geht es um die Lebensgeschichte von zwei Herren und die haben da ein Riesenthema rausgemacht. Aber ich habe mir nur diese Challenge rausgenommen, weil die wichtig für mich ist und mir richtig gut geholfen hat. Also, bei dieser Challenge, die wirklich, jetzt halte ich fest, so einfach ist, du trennst dich jeden Tag von Gegenständen. Tag 1 von einem Gegenstand, Tag 2 von zwei Gegenständen, Tag 3 von drei Gegenständen, Tag 4 von vier Gegenständen und so weiter, bis du am Ende des Monats angekommen bist, entweder am 28. oder am 30. oder 31. Idealerweise fängst du am 1. an, weil dann ist es einfacher. Wenn du am 15. anfängst und dann ein Teil entsorgen musst, dann musst du die ganze Zeit umdenken. Deswegen ist es immer gut, in diesem Fall zu sagen, ich fange am 1. an. Und wie entscheidet man sich, ob man Sachen braucht oder nicht? Da habe ich auch lange gekämpft. Ich habe jahrelang Sachen gesammelt und gehortet und so viel gehabt. Ich habe Riesensammlungen. Aber da muss man sich auch fragen, sammle ich das jetzt wirklich noch, weil es mir Spaß macht? Oder ist es dieser Druck von außen so nach dem Motto, was, du hast die größte Sammlung? Oh wow, wo hast du die denn? Und das ist ja mega cool und da musst du ja auch richtig reich sein und musst ja viel Geld haben und so. Also sammelst du das noch für dich selber oder ist das eher so ein Pseudostatussymbol? Auch dazu später mehr. Es gibt zwei grundlegende Eigenschaften, wenn ich mir ein Produkt anschaue. Entweder das Produkt hat eine Funktion wie hier. Das ist ein Glas. Ich brauche ein Glas, weil sonst müsste ich halt immer nur aus dem Wasserhahn oder aus der Flasche trinken. Ich brauche also ein Glas. Aber ich brauche nicht 20 Gläser, sondern ich brauche vielleicht höchstens vielleicht 5 Gläser oder 7. Also im schlimmsten Fall würde ich jeden Tag ein Glas benutzen und würde die Spülmaschine ausfallen oder es würde kein Wasser geben, könnte ich eine Woche lang immer mein Glas wechseln, was natürlich auch blöd ist, weil ich kann das Glas auch 2 oder 3 Tage benutzen. Also es geht darum, was brauche ich und wie viel brauche ich davon? Ich habe zum Beispiel so viele Strümpfe gehabt. Ich habe eine ganze Schublade voll mit Strümpfen gehabt und habe die überhaupt nicht angezogen. Und man zieht nun mal jeden Tag nur ein paar Strümpfe an, aber man braucht ja nicht 50 paar Strümpfe. Es ist einfach zu viel. Genau, also Funktion. Strümpfe brauche ich, weil sonst kriegt man kalte Füße, man kann ja nicht immer barfuß rumlaufen. Und die zweite Eigenschaft ist, hänge ich emotional da dran? Also zum Beispiel habe ich hier diese kleine Schale. Manche würden jetzt sagen, kann weg, ist eine kleine Schale von Italar, braucht keiner. Für mich ist es ein Erinnerungsstück an Helsinki. Die habe ich damals im Outlet Store in Helsinki gekauft von Italar. Diese Alva-Alto-Schale. Und deswegen verbinde ich damit etwas und die würde ich behalten wollen. Wenn es darauf ankäme, muss sie halt aber auch leider weg, wenn ich jetzt 10 davon hätte. Aber ich habe nur diese eine, von daher darf sie bleiben. So. Und was braucht man für diese Challenge? Also ich brauche eigentlich dafür immer vier Kisten. Eine Kiste steht immer irgendwo rum. Und da, es ist nun auch nicht so, ehrlicherweise, dass ich einen Tag einen Teil aussortiere, am zweiten zwei Teile, sondern man kennt es, man ist in der Küche, man kramt in einer Schublade und man stellt fest, oh Gott, was ist denn hier los? Da sind ja so viele Sachen drin, die brauche ich gar nicht mehr. Und dann sortiert man die aus und dann hat man vielleicht schon 20 Teile, die packt man in diese Kiste. Dann geht man weiter zum Kleiderschrank. Okay, 20 Sachen, die ich nicht mehr brauche, ab in die Kiste. Dann geht man ins Bad und stellt fest, aha, hier sind noch irgendwie 10 angefangene Shampoo-Sachen. Die mache ich alle leer und dann können die auch alle weg. So. Und dann am Wochenende wird immer gezählt. Dann wird immer geguckt. Oder man nimmt sich jeden Tag einen Teil raus. Ich habe zum Beispiel mal Fotos gemacht, quasi als Beweis für Instagram. Und das ist auch so ein bisschen sehr gut, weil dann gibt es diesen sozialen Druck. In diesem Fall ist es wirklich gut, weil man es dann auch durchzieht, weil sonst, man kennt sich selber, man sagt so, ah, ich habe jetzt, ich habe jetzt dieses Glas aussortiert, okay, das tue ich ins Altglas oder verschenke es oder so und das war's. Aber wenn man wirklich von außen diese Kontrolle bekommt, ob man es auch wirklich macht, dann hat man diesen Druck und es macht am Ende Spaß. Also es lohnt sich, auf jeden Fall durchzuziehen. Ja, aber diese vier Boxen, um da zurückzukommen, diese eine Box ist diese Hauptbox, da kommen alle Sachen rein. Dann gibt es eine Box, die ist Müll, da kommen alle Sachen rein, die nicht mehr verwertet werden können. Eine Box ist Verschenken und Spenden und eine Box ist Verkaufen, entweder im Internet oder vielleicht auch über den Flohmarkt oder so. Denn man kann natürlich damit auch vieles Gutes tun. Also, wenn ich mir zum Beispiel, was war das denn? Ich kann mich gar nicht erinnern, weil es einfach so viele Sachen waren, aber zum Beispiel, nehmen wir mal zum Beispiel Flaschenöffner. Manche haben vielleicht zwei, drei Flaschenöffner im Schrank. Die braucht man gar nicht. Also so viele braucht man auf gar keinen Fall. Wenn man einen davon schon mal wegtun würde und man würde diesen Flaschenöffner zum sozialen Kaufhaus geben, würde sich jemand anderes drüber freuen, der sich gerade zu Hause einrichtet, kein Geld hat und einen Flaschenöffner braucht. Das kann man mit allen Sachen, die man hat, durchspielen. Wenn du aber jetzt sagst, das ist ein Swarovski-beklebter Flaschenöffner, der ist eine Million Pfennige, also 10 Mark ungefähr wert, dann kannst du den natürlich auch verkaufen und das Geld zur Seite legen oder dir irgendwie was Neues kaufen. Die Minimalismus-Challenge bedeutet ja nicht, dass man alles weggibt und man darf sich nichts Neues kaufen. Das ist auch ein Irrtum. Wenn du dich am Ende des Monats, das werden ungefähr 500 Sachen sein, von denen du dich getrennt hast, kannst du dir natürlich ein, zwei neue Sachen auch kaufen. Was aber nicht wieder andersrum bedeutet, dass du jetzt alles rausgibst und wegwirfst oder spendest und dir alles dann nochmal neu kaufst. Das ist auch nichts in der Sache. Das ist natürlich nicht nachhaltig und das wäre auch blöd. Also man überlegt wirklich immer, hänge ich an diesem Produkt emotional, dann kann ich das behalten und wenn es eine bestimmte Funktion hat, dann brauche ich es auch. Auch wenn ich aber von den Gegenständen, die eine Funktion haben oder einen funktionellen Wert haben, irgendwie 20 oder mehrere Teile habe, dann können da auch einige Sachen aussortiert werden. Ich hatte zum Beispiel von meiner Oma ein Besteck für Fisch. Das hatte ich geerbt und ich habe es nie benutzt. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nochmal nutzen werde? Also habe ich es auch gespendet. Es ist jetzt auch weg, weil es lag einfach nur rum seit Jahren. Und ich habe diese Challenge und das ist vielleicht auch mal ein guter Tipp, vor meinem Umzug durchgezogen und zwar zwei Monate. Das heißt, ich habe fast 1000 Gegenstände entsorgt, verkauft, verschenkt. Das war super praktisch vor einem Umzug, weil man sich dann wirklich von allen Sachen trennt, die man nicht mitnehmen möchte in ein neues Zuhause. Dadurch habe ich, glaube ich, auch ganz viel Geld gespart, was Umzugskartons angeht. Und dann waren, glaube ich, schon am Ende 10 Kartons voll mit Sachen, die ich nicht mehr brauchte. Genau. Und warum erzähle ich das? Zum einen, weil es auch etwas mit einem auslöst. Also, mein ganzes Konsumverhalten hat sich seitdem geändert. Auch wenn ich hier natürlich ganz viele Produkte mal vorstelle, sind das ja Produkte, die ich schon jahrelang habe. Es ist ja nicht so, als würde ich jede Woche was Neues bestellen und dir dann hier zeigen. Und da sind wir schon bei dem Thema, nämlich bestellen online. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nicht auch manchmal volle Warenkörbe irgendwo und mein Finger zuckt schon. Ich denke, ein Klick und die Sachen sind übermorgen da. Es ist ja diese, leider dieser Teufelskreis auf der einen Seite ganz gut, dass wir Sachen schnell bestellen können. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Fluch, dass man eben alles sofort und schnell bekommt. Früher war es so, man hat sich auf etwas gefreut, dann war Weihnachten, man hat es bekommen. Heutzutage, ach, man guckt auch, das möchte ich haben, sage, ich bestelle es, übermorgen ist da. Und dann verliert es auch so ein bisschen diesen Wert. Und was ich gelernt habe, ist, wenn ich mir jetzt etwas kaufe, ich überlege immer zweimal, ich überlege dreimal, ich überlege viermal, brauche ich das überhaupt? Hängt da irgendwie mein Herz dran? Also werde ich mich in diesen Gegenstand verlieben? Wird ich eine Verbindung dazu aufbauen? Das klingt jetzt ein bisschen creepy. Oder brauche ich diese Funktion einfach? Brauche ich einen Flaschenöffner, weil ich habe keinen Flaschenöffner, dann kaufe ich mir einen. Und kaufe ich mir dann einen billigen, der vielleicht in einem Monat wieder kaputt geht, oder kaufe ich mir einen hochwertigen? Das sind so Fragen, die mich die ganze Zeit jetzt beschäftigen. Und ich habe sogar die Challenge nochmal jetzt nach einem Jahr durchgeführt, als ich hier ein Jahr in diesem neuen Zuhause gelebt habe und gesagt habe, alles, was ich in diesem Jahr nicht benutzt habe, das kann theoretisch auch weg. Und das hat am Ende wirklich wehgetan, weil ich habe mich von, zum Beispiel auch von Hörspielkassetten getrennt, die ich aber schon jahrelang nicht mehr gehört habe. Und das ist so etwas, wo man auch jetzt überlegen muss, brauche ich irgendwie 150 Kassetten im Keller, die da liegen, oder kann ich die noch verkaufen, kann damit Geld machen, kann das Geld spenden oder kaufe mir selber irgendwas. Die Hörspiele hört man mittlerweile alle online und streamt die. und das tat aber schon richtig weh. Also, ja, das war, das war, also, aber ich brauchte noch Sachen. Ich brauchte noch ungefähr 150 Sachen und da dachte ich, okay, aber es kann weg. Es kann einfach weg. Und ich habe einen ganz anderen Bezug zu Gegenständen. Also viele Sachen sind für mich einfach belanglos, die können weg oder mein Herz hängt dran und ich möchte sie dann noch länger haben. Genau. Das ist jetzt wirklich sehr persönlich in diesem Video. aber es hat auch ein bisschen mein Leben wirklich verändert. Wie gesagt, mein Kaufverhalten hat sich geändert, meine Wertschätzung gegenüber Produkten ist gestiegen. Also, wenn ich weiß, etwas ist per Hand hergestellt und es kommt vielleicht aus Skandinavien noch, dann schätze ich das viel, viel mehr und dieses Gefühl, alles ist überall verfügbar und günstig und so weiter. Davon bin ich jetzt schon lange weg. Und ich glaube, ich werde es nochmal machen. Ich glaube, ich werde nochmal einen Monat eine Challenge machen. Und es ist übrigens nicht schlimm, auch aufzugeben. Also, es wäre natürlich schön, wenn man jetzt einen Monat durchziehen würde, aber es ist auch kein Problem, wenn man sagt, okay, ich schaffe es halt jetzt nur bis zum 15. weil ich nichts mehr habe. ich gucke hier so rum und ich sehe schon wieder ein paar Sachen, die mich stören und die einfach nur rumliegen. Und es ist dann schade, weil, wie gesagt, andere Menschen haben vielleicht Freude daran, wenn sie es haben. Oder du kannst ja auch zum Beispiel in deinem Büro oder in deinem Schreibtisch aufräumen und anfangen. Und ein Blatt Papier ist ja schon ein Gegenstand, der wegkommt. Also, ich habe natürlich auch geschummelt. Ich habe in einer Schublade so Kronkorken gefunden von Flaschen, da waren 20 Stück drin, zack, hatte ich schon 20 Gegenstände. Das sind aber auch Sachen, die auch nur rumliegen und Ballast sind und die man nicht braucht. Also auch weg damit. Und ich tiger schon immer hier so durch das Zuhause und gucke, kann das weg, kann dies weg. Das brauche ich nicht mehr. Und ja, manchmal kommen leider noch so Situationen, wo auch wieder Teile, die ich erst vor kurzem gekauft habe, dann wieder wegkommen. Aber das zeigt mir wieder so, es war unnütz. Ich habe es unnütz gekauft und das ist einfach so krank. Und da möchte ich eigentlich hinkommen, dass ich kaum mehr etwas kaufe. Zum Beispiel Klamotten habe ich mir schon jahrelang nichts Neues mehr gekauft, glaube ich, außer Schuhe vielleicht, weil die kaputt waren. Möbel, natürlich habe ich neue gekauft, weil ich jetzt hier eingezogen bin, aber alte Möbel aussortiert, verkauft, verschenkt. Bücher, ganz viele Bücher aussortiert. DVDs, diese ganzen Sachen können alle weg. Also hier kann man vielleicht auch nochmal kurz erzählen, was alles weg kann. DVDs, Videokassetten, Spiele, alte Spiele, die man nicht mehr spielt, Spiele, Konsolen, Computerspiele, all diese Sachen, weg, weg damit, Kassetten, CDs. CDs haben auch keinen Wert mehr, also nur noch einen ideellen Wert wahrscheinlich. In der Küche, diese Schubladen mit viel Krimskrams, Speisekammern, wo Lebensmittel drin sind, Reste kochen, macht Reste essen, wo diese ganzen Reste einfach mal wegkommen. Badezimmer, kleine Flaschen mit Proben, alles weg, alles aufbrauchen, alles entsorgen. Genau, Büroumgebung, Schreibtisch, alte Ordner mit Sachen, alle entsorgen, was man nicht mehr braucht, alles weg. Keller, also ich hatte Sachen im Keller, das war fürchterlich. Das kann alles weg, das konnte, also wie gesagt, das konnte alles weg. Wenn du einen Dachboden hast, da sind auf jeden Fall Sachen, Garage, Hobby, Keller, all diese Räume, wo Sachen sind, die auf jeden Fall weg können. Und man hat am Ende wirklich ein gutes Gefühl, wenn man am Ende des Monats da steht und man guckt sich die Kisten an und man sieht, okay, es sind so viele Sachen in meinem Zuhause gewesen, die Müll sind, die weg können oder die ich verkaufen kann. Und man sieht schon die Dollarzeichen in den Augen, weil man sich dann vielleicht etwas Neues, Schönes gönnen kann. Und das ist ja das Tolle daran. Verkauf irgendwie 20, 30 Sachen und du kaufst dir ein tolles Ding und du wirst dich immer daran erinnern und sagen, das war das Ergebnis meiner Minimalismus-Challenge. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas hier habe, aber nee, habe ich nicht. Aber ja, einfach mehr Wertschätzung für weniger gute Gegenstände und das, da schließlich der Kreis ist ja auch, skandinavisches Design ist hochpreisig im Vergleich zu anderen Sachen und aber das ist auch das Besondere daran, man muss diese Sachen wertschätzen, die man hat und ja, vielleicht hat dich das ein bisschen inspiriert, auch die Minimalismus-Challenge anzufangen. Also warte einfach bis zum nächsten ersten des Monats und dann fang an, ein Teil am ersten, zwei Teile am zweiten und so weiter bis zum Ende des Monats. Gucke einfach mal, wie weit du kommst und kannst dir erstmal alles in die Kisten packen und vielleicht ist es noch nicht der richtige Schritt, Sachen wegzuwerfen oder wegzuwerfen, zu verschenken oder so, aber fang an, dich damit auseinanderzusetzen, was in deinem Zuhause drin ist und was dir etwas bedeutet und was dir nichts bedeutet. Ja. So, das war heute mal dieses Video zum Thema Minimalismus und Minimalismus-Challenge. Ich finde, es passt perfekt in den Skandi-Style und in ein skandinavisches Leben, ich würde fast sagen, in einen Skandi-Lifestyle auch dazu, dass man weniger hat, in Schweden würde man Lockum sagen, also Lockum, die richtige Balance, wenn es um Essen, wenn es um Pflegeprodukte geht, aber auch um Möbel und so und Geschmäcker sind verschieden. Manche mögen das, wenn alles voll ist mit kleinen Decken, mit kleinen Kissen, mit kleinen Figuren und es ist einfach alles so viel, aber für mich ist es nichts und deswegen macht es mich glücklich, dass ich das geschafft habe, dreimal das durchzuziehen und es klingt, wenn man es noch nicht gemacht hat, klingt es lächerlich, aber wenn man es gemacht hat, dann weiß man es zu schätzen, wie schwer es ist und es wird dieser Moment kommen, wo man nicht weiß, was man wegwerfen soll und man tigert durchs Zuhause und man findet trotzdem immer noch Sachen, die für einen keine Bedeutung haben und die dann weg können. Ja, so, das war das Thema Minimalismus und wir sehen uns das nächste Mal wieder mit einem anderen Thema. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!